Was geht ab, meine Seafighter, Osiria und willkommen zu einem weiteren Banner Preview, diesmal vom Banner zu LR Beerus beziehungsweise, um es richtig zu sagen, zum Double Raid Banner, zum Rising Dragon Carnival Banner, denn das auf der linken Seite ist nicht LR Beerus, das ist der Int Beerus und auf der rechten Seite haben wir den Rage Vegeta, der zu Rage Vegeta bzw. Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma wird, dennoch wird LR Beerus in diesem Banner enthalten sein und auch alle anderen nicht gefeatureten LR, daher werden wir hergehen, uns das Banner genau ansehen, den Charakter, den neuen Charakter, der hinzu kam, ansehen in dem Fall ist das unser Boy LR Beerus und dann quasi werde ich euch sagen, ob man da eventuell investieren könnte, ziehen könnte bzw. für wen dieses Banner interessant ist, aber wie gesagt, in den ganzen Banner Previews, ich sage euch nicht, wo ihr sammeln solltet ich gebe euch die Tipps und Ratschläge, im Endeffekt sammelt ihr selbst Freunde anyway, das Banner selbst kommt morgen online am 17. August um 8.30 Uhr unserer Zeit neue Unit, die da hinzukommt, ist auf jeden Fall quasi unser Boy LR Beerus so sieht er aus, wenn er droppt, er hat leider keine farmbare Essay, wir gucken uns gleich die letzte Form genau an man möge eventuell meinen, dass er eine farmbare Essay hat, nämlich dieser Tech Beerus den kann man ja durch die Dokument Medaillen von Beerus Dokument erwecken aber diesen Tech Beerus, SL Beerus, der droppt aus Bannern er wird auch in diesem Banner sein, aber ist halt quasi nicht farmbaren, daher, damit ihr da Bescheid wisst gut, dann brauchen wir sieben von den Dokkan Event Medaillen, um ihn, von den Dokkan Medaillen von Beerus, wie ihr seht um ihn quasi auf seinen Terrier-Schatlus zu erwecken, auf seinen Terrier-Schatlus sieht er folgendermaßen aus ist eine coole Anwendung, finde ich auf jeden Fall und von hier aus an brauchen wir sieben Beerus Medaillen aus dem Story Event Battle of God sieben aus Wizz, sieben, also sieben Wizz Medaillen aus Battle of God Story Event sieben von Vegeta, sieben Beerus Medaillen aus dem momentanen Rage Vegeta Story Event das ist das Event, wo man quasi den Super Saiyan Vegeta und Bulma erwecken kann und den End Beerus und sieben von den Bulma Medaillen so, die Sache ist aber folgende, die ersten drei Medaillen bekommt man aus dem Story Event vom Beerus beziehungsweise Battle of Gods, um es richtig zu sagen jedoch ist das Story Event momentan offline wie bekommt ihr die Medaillen trotzdem? nämlich aus dem Hero Extermination Plan Event Evil Power Strikes Back das ist das Event, was am Wochenende immer live ist Samstag und Sonntag, separat dazu ist Hero Extermination Plan Online das andere ähnliche Event und zwar droppt hier auf Stage 14 die droppen dort die Battle of Gods Medaillen das heißt, ihr könnt die Battle of Gods Medaillen entweder aus dem Hero Extermination Plan Event momentan erfahren wenn das Event momentan, in dem ich das Ganze aufnehme, nicht live ist, nicht online ist im Spiel aber auch im Barbershop werden manchmal Medaillen angeboten da könntet ihr auf jeden Fall auch mal ein Auge drauf werfen aber wie gesagt, am Wochenende, Samstag und Sonntag im Hero Extermination Plan Evil Power Strikes Back droppen diese Medaillen an alle anderen, die Bojack haben in dem anderen Hero Extermination Plan auf Stage 10 droppen die Bojack Story Event Medaillen heißt, ihr müsst da nicht auf das Story Event warten, bis es zurückkommt okay, die allerersten 3 Medaillen bekommt ihr quasi momentan hier wenn das Story Event natürlich in Zukunft online kommen sollte dann besser aus dem Story Event ansonsten schaut mal im Barbershop vorbei immer und ansonsten haben wir hier die Virus Medaillen die Virus Medaillen bekommt ihr aus dem Barbershop nämlich indem ihr Pudding ja, die Währung Pudding erfahrt aus dem Story Event von Rage Vegeta eine Virus Medaille kostet hierbei 8 Pudding heißt, wir brauchen 7 Stück 56 Pudding Medaillen braucht ihr an der Stelle bei der Television 56 Pudding müsst ihr euch erfahrmen damit ihr euch 7 Medaillen holen könnt um es besser zu sagen, um es richtig zu sagen und die Bulma Medaillen bekommt ihr by the way, ihr habt es richtig gesehen die Vegeta Medaille bekommt ihr auch aus dem Barbershop aber wir brauchen ja die Bulma Medaillen nämlich 7 Stück aus den Bulma Medaillen und die droppen aus dem Story Event von Rage Vegeta auf Stage 3 Pudding beziehungsweise droppt hier an der Stelle auf Stage 2 gut, dann kommen wir aber nachdem ihr das alles gesammelt habt, können wir erwecken zu LR, Beerus und Whis LR, Beerus und Whis werden leider als schlecht angesehen wenn ich ehrlich bin in der Community man sagt, dass aus der Summoner und LRs einer der schlechtesten ist also bei einem Respekt LR Beerus ist nicht schlecht er ist eine sehr gute Unit er ist ein LR, er ist gut jedoch, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin aus dem Summoner und LRs gibt es bessere aber ich will ihm nicht schlecht reden ich will euch im Gegenteil zeigen dass er wirklich dennoch gut ist und seine Berechtigung hat nehmen wir schauen uns den Charakter mal an er gibt den Super Strength Charakter in Key plus 4 HP Attack und F 100% Extreme Strength Charakter durch den Leader Skill in Key plus 3 auf HP Attack und F 70% Erste Ultima Colossal Damage und Heal uns um 7% die zweite macht Mega Colossal Damage und Heal uns um 12% also durch die durch den zweiten Buff, sag ich mal der Super Attack merken wir auf jeden Fall okay, der hält schon auf jeden Fall was aus beziehungsweise ist es so Godlike wie Black und Samasso dass sie sich konstant healen nicht wie die durch die Passive sondern durch die Ulti aber im besten Fall Ultima mit ihm auch in jeder Runde heißt Heal ist auf jeden Fall da HP ist auf jeden Fall für HP ist auf jeden Fall gesorgt seine Passive schauen wir uns mal die Passive an und zwar bekommt er auf den Angriff immer so 80% bekommt zusätzlich weitere 60% auf den Angriff und auf die Verteidigung für 5 Runden nachdem er angegriffen wurde alright das ist jetzt so eine Sache um es aus und vorweg zu sagen heißt man möge meinen er bekommt nachdem er angriffen wurde für 5 Runden 140% auf den Angriff und 60% auf die Verteidigung das schritt nicht ganz das schritt nicht ganz denn die Berechnungen werden etwas anders gemacht schauen wir uns gleich genauer an aber diese 5 Runden sind ein bisschen wenig meiner Meinung nach wenn er direkt angegriffen wird hat er nach 5 Runden nicht mehr diesen zusätzlichen Boost im ganzen Kampf es sei denn mal geht in den neuen Kampf rein aber während dem Event wo ihr drin seid wenn er angegriffen wird nach 5 Runden verliert er seinen seinen zusätzlichen Boost das finde ich ein bisschen schade das finde ich echt ein bisschen schade 5 Runden sind nicht viel wenn ich um ehrlich zu sein aber in diesen 5 Runden haut er auf jeden Fall rein seine Linkste sind Godly Power Prodigy Innocence Connoisseur Shark and Speed 4 Spat Legendary Power Er ist in der Kategorie Dream of Gods und Movie Bosses so zu seiner Passive jetzt was meinte ich damit dass es anders berechnet wird nämlich seine zusätzliche Attack und Deathboost wie es hier dran steht wird separat verrechnet was heißt das damit separat heißt er hat jetzt zuerst 80% auf seinen Angriff diese wird auf seinen normalen Angriff hinzugefügt ja das jetzt hier ist sein Angriff das ist aber sein Angriff der auf 100% ist die anderen seht ihr hier ich hab den einfach mal markiert zur Berechnung quasi 80% wird quasi auf seinen normalen Angriff berechnet dann durch Linkskids etc was dazu kommt oder um es zu sagen erstmal wird bei jedem Charakter die Linkskid getriggert der normale Angriff genommen und dadurch dann quasi ihre Passive hinzugefügt und in dem Fall 80% auf den Angriff den Virus hat wenn er in der Runde ist durch Linkskids etc seinen normalen Angriff und dann nachdem das alles verrechnet wurde wird erst zusätzlich seine Passive hinzugefügt und dasselbe gilt auch vom Boost von Supportern das wird erst danach verrechnet versteht ihr was meine Freunde das ist ein sehr wichtiger Punkt heißt wir gehen nicht her wenn wir jetzt mal ausgehen dass LR Virus keine Linkskids getriggert hat wir gehen nicht davon aus und er ist auf 100% wir gehen nicht davon aus dass er jetzt 19.825 Angriff hat und da drauf wird dann 140% Angriff dazu gerechnet nein erst wird 80% auf den Angriff hinzugerechnet und dann auf den Betrag auf den wir diese 80% aufgerechnet haben wird dann zusätzlich das zusätzliche nämlich die 60% werden dann darauf addiert das ist ein sehr wichtiger Unterschied und dann kommt LR Virus quasi auf einen totalen Boost von 188% aus dem Angriff für 5 Runden und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Unterschied und deswegen ist er auf jeden Fall ein Powerhouse also Schaden macht er so es nicht genau und hier steht dann quasi auch drin dass die Passive Skills von Supportern auch erst danach berechnet werden heißt er bekommt quasi auch noch einen weiteren besseren Boost wenn Supporter mit in der Runde sind aber gerade deswegen weil er quasi nur diese 5 Runden begrenzungen hat ist es ein bisschen schwierig mit ihm er ist dennoch nicht schlecht vorhin ihr habt es gesehen er kommt auf 118% Angriff die Sache ist aber die mit LR Virus er ist ein LR Charakter LR Virus um Width umsetzen zu sagen er ist ein Charakter das Team müsste man schon um ihn herumbauen wegen seinen Link Skills er ist ein Dream of Gods und Movie Boss in Dream of Gods ist er am besten aufgehoben meiner Meinung nach denn man müsste dann auf jeden Fall in Dream of Gods hat man guten Charakter Gottlieb Power zum Beispiel Ui Goku Prodigies wenn man vergeht um Innocent wer hat das auch das wird schwer Innocent haben nicht viele Connoisseur wird auch schwer Shock and Speed auch schwierig Shock and Speed ist auch schwierig das haben auch nicht so viele Units und 4SW haben dann wahrscheinlich die meisten Legend of Power auch wenn man Eldert quasi drin hat aber ihr merkt das Problem Ki als LR Charakter braucht er Ki und er hat hier nur Shock and Speed das ihm Ki gibt das hat das Problem bei LR Büros und deswegen gibt es Summonable LR die Beste sind weil die kommen alleine zurecht durch Ki aus zum Beispiel Mighty Meister versorgt sie selbst mit Ki beziehungsweise haben sie dann durch ihre Link Skills zum Beispiel LR Trunks bei dem ist fast nur Ki die Link Skills sind fast nur mit Ki besetzt dennoch Freunde würde ich LR Büros unterschätzen aber müssen wir das Team um ihn herumbauen zum Beispiel einen weiteren Virus mit in das Team einbauen aber er kommt natürlich auch Solo klar die Sache ist die halt er kommt schwierig an Ki merkt man merkt man und diese 5 Runden Begrenzung die sind mir schon ein Dorn im Auge aber dennoch am Ende des Tages ist es auf jeden Fall eine solide Unit und ich will ihn nicht schlecht reden man sollte ihn auf jeden Fall auch nicht unterschätzen so dann gucken wir uns mal das Banner an so viel zu dem Charakter selbst wie ihn bekommt wie ihn erweckt was er drauf hat das Banner ist ein Double Rate Banner wir betrachten uns natürlich das Banner wie es im japanischen Dokument war ich gestatten einfach noch dass es genau gleich sein wird was ist es ein Double Rate Banner ein Double Rate Banner ist ein Banner bei dem die SSR Rates verdoppelt wurden heißt zu 20% dropped hier ein SSR 10% wird dabei auf die Anzahl der gefeatureten Charaktere aufgeteilt in dem Fall sind das 10 und die anderen 10% für die Anzahl der nicht gefeatureten Charaktere sind 145 in diesem Banner sind so gut wie alle fast alle SSR drin natürlich alle außer den Dokkan-exklusiven SSR denn diesen nur in Dokkan-Fest-Bannern und damit auch LR, Vegito und Elagorita sind nicht in diesem Banner denn LR, Vegito und Elagorita sind Dokkan-exklusiven LR aber alle anderen LR sind hier drinnen nämlich nicht gefeaturet und wir haben eine GSSR heißt der letzte Slot ist zu 95% ein nicht gefeatureter Charakter was die gefeatureten Charaktere angeht kann man auf jeden Fall gut was mitnehmen Int-Birus ist gut dieser Vegeta ist sehr sehr gut wir haben Gotku also alle Gotkus sind nice Whis kann man auf jeden Fall auch mitnehmen den Beerus hier zum Beispiel als Partner für Beerus im Endeffekt wir haben hier eine fahmbare SA für Beerus dieser Whis bekommt ebenso zum selben Tag sein Awakening soll mich unterschätzen das ist ein sehr guter Charakter für das Super Battle und genau aber was uns in diesem Banner interessiert sind die LR denn hier sind alle LR wie gesagt außer LR Vegito und Elagorita auch der neue Beerus natürlich nicht gefeaturet und dementsprechend Freunde merkt ihr schon ist das Banner für diejenigen die LR Summon wollen in allererster Hinsicht als allerhöchste Priorität natürlich kann man noch viele Charaktere mitnehmen die 4s Battle haben wenn ihr quasi LR Vegito Blue Medaille fahren wollt aber allerhöchste Prio Hauptgrund warum man die Summonen sollte sind by the way sind auch nur SR und Höhe Charaktere drin sind LR und da haben wir echt eine Menge um jetzt einfach zu sagen alle plus LR Virus quasi dann alle außer LR Vegito die Chancen stehen schon gut dass man die LR zieht wegen dem nicht gefeatured wegen GSSR zu 95% ist dieser nicht gefeatured und alle LR sind ja nicht gefeatured an der Stelle und die Rates sind erhöht also gut SSR wird man auf jeden Fall ziehen dennoch will man aus diesem Banner raus mit einem LR wenn man nicht mit einem LR raus geht dann wird das schmerzhaft aus eigener Erfahrung kann ich sagen ich kam aus solchen Bannern raus mit ca. 500 bis 1000 Stones indem ich 500 bis 1000 Stones investiert habe kam ich mit in den meisten Fällen immer mit einem LR raus aber meine Freunde vertraut mir wenn ihr aus 1000 Stones nicht mit einem LR aus so einem Banner raus geht dann ist es schmerzhaft heißt ihr müsst quasi für euch selbst entscheiden wenn ihr LR haben wollt wenn ihr auf den Start los seid dass ihr LR jagen könnt dann nur rein mit euch ist auf jeden Fall eine gute Chance ansonsten alle anderen würde ich auf jeden Fall für zukünftige Banner sparen weil danach sollte das Banner von Super Saiyan Blue erwischen wie jeder kaum im Zeitraum September damit ihr bescheuert beziehungsweise im Zukunft dann die Dokkan fest Banner sind da für diejenigen auf jeden Fall eigentlich besser die quasi Free to Play sind und hier nicht tausende tausende Stones ausgeben können denn da sind Dokkan fest Units Charaktere und die haben es in sich da sind an sich auch gute gefeatured Charaktere da kann man eigentlich im Schnitt besser rausgehen an Charaktere als hier denn hier muss man auch hoffen hier muss man viel hoffen natürlich in einem anderen Banner auch in jedem anderen Banner ist alles Zuwaltgenerator ist keine Garantie dennoch quasi will man aus diesem Banner um es ehrlich zu sagen wirklich nur den LR und wenn man diesen nicht zieht wenn man diesen nicht zieht wenn man diesen nicht verwerten kann also in einem Team spielen kann dann ist es eigentlich auch nicht Sinn und Zweck hier zu summon heißt wenn ihr LR ziehen wollt wenn ihr die auch nutzen könnt dann geht nur rein hier ist eine gute Chance aber es ist keine Garantie es ist alles Zufallsgenerator ansonsten meine Freunde wäre es eigentlich für das Banner Preview von diesmal zu unserem LR Beerus zum Double Rate Banner zum Rising Dragon Festival Banner ich hoffe das Ganze euch gefallen wenn ja gebt den ganzen Tag ein Like und wir sehen uns das nächste Mal Peace K K K K K Bis zum nächsten Mal.